um ja es hält sich sehr gern am besten so auch noch ein bisschen zurückgehen auf der Fall mit ihrem ganz anderen Stelle also auch zwei von den das Arbeiten sein die Stärken Kerstin noch abgehängt er hat sich die Doppelspiecher nur ausgedacht und seit jetzt lang wir sind zurück ja wie weit zurück einmal über die Brücke und wieder zurück und ja ich sehe dich ja jetzt Mann Frau Raffo sei dumm ein Gedanke AAH! Verstattet kann eigentlich noch keine von euch im Teleport von den Zauberin? doch klar was? ja stimmt Teleport ja alles gleich das zeige ich sogar glaube ich im Harem also in dem neuesten Teil von von Dengs zeige ich das wie ich das mache ist cool ja aber ich glaube vielleicht ist für unsere Mauer vielleicht besser dass wir die Höhle finden oder so ich weiß nicht mehr ganz genau welche Höhle es war ich hätte mir mal mein Lösungsbuch wieder hier hinlegen sollen was? Lösungsbuch? ja ich kriege dafür ein Lösungsbuch ja ich weiß ja ich das habe ich mir geguckt um die Dings zu wissen wie hat er das denn hingeschafft? ja ich hatte ja mal PC Player habe ich mal eine gewisse gekauft da war die Komplettlösung zum fünften Akt dabei also für die Erweiterung und auch so hier Runenwörter Guide und alles richtig also ich weiß ganz genau dass es hier zwei Höhlen gibt und ich bin mir ganz sicher dass das da die falsche ist hier ist ein fehlerhafter Amethyst der noch rumliegt nee die können wir mal aufheben passt doch schon aber ich muss zugeben was ich hier noch nie rausgefunden habe ist für was dieser Wanderer da am Anfang eigentlich gut ist das ist einfach nur ähm ja keine Ahnung hält die das Ziel vor der Nase und verarscht dich irgendwo wo ich nochmal ganz frisch von der Blower das war so vor drei vier Jahren und noch länger seitdem ja dann mal gemeint ja das wert war es ist die aber eigentlich sein Körper sie sind es sollte darstellen aber ich bin ich jetzt nicht so davon Sauber ein 7 Mord und Ausdauer nicht zu vergessen vergiftet wie fies warte mal woher kriegst du den äh es ist sie glaube ich wo nicht genug Mana ich geh drauf ja welches ist es jetzt toll Spinnenhöhle Spinnenhöhle genau Spinnenhöhle heißt das Teil richtig also waren wir doch richtig oder was nein das andere war Spinnenmonster-Grooft toll auf alle Fälle ähm unser Quest hier ist wir sollen halt ähm komische Organe von einem Typen wieder sammeln ja und einem sehr mächtigen Magier ja eigentlich nicht von einem Moderatesmitglied von Kuwurst halt oh 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 da ist ein Zimmersreiches da war das die Dingsbrust das war ein Brustpanzer ja ich weiß was das ist das die Kiste oder ich bin verflucht ja Tarka der Brenner extra stark verflucht was war denn das? й I am toot hmhm ja mich hör du zu mich so nackt rw zieh dich an ja ich mir tapp dich Leute dankeschön ja da kam was gelbes extra ich bin überladen das wäre was für mich wäre wo ich schon mal in der Stadt bin, kann ich auch nicht mal meine Scheiße verkaufen. Ich bin nämlich überladen, sehe ich gerade. So, hier ist Kalims Auge, richtig. Kalim hat sich nämlich gegen Mephisto aufgeliehen und darum wurde er irgendwie in Teile zerhechselt und sieht irgendwie nicht so schön aus. Ja, so ein bisschen, ja. Ja. Shadow, bleib mal stehen. Was denn nun? Was, wo? Ich brauch. Hä? Ich hab grenzelt. Ich hab TP vor der Nase zugemacht. Äh, das ist unsere. Ne, meins. Ich brauch mein gleicher. Hab ich ja gemeint. Welches Arsch hat sich mein Gold geschnappt? Keine Ahnung. Also ich hab nur 199, ich weiß nicht, wie viel Gold du gehabt hast. Ring. Shadowfair wird allgemein, er hat viel Gold und so Mitte des Aktus, dann stirbt er irgendwann und dann hat er gar keinen, äh, gar kein Gold mehr. Ja, so in etwa. Deswegen ist Gold gleich ins Lager legen. Jetzt wollte ich mir nur Scheiße auf. Verdammt, ich aus der Asche... Ein Zauberstab. Pah, ihr könntet euch alle bei, ähm, ähm, äh, bei Alkohol und Quest abholen. Ah ja. Aua. Und du kriegst noch was von mir, so. Stehst du da? Ey, du bist grad beschäftigt, so handelst du gerade mit Ormus. Handel mal nicht so viel. Na, jetzt nicht, ich bin wieder frei. Gut. Ich bin nicht mehr vergeben an Ormus. Ormus. Hier, dann seht ihr auch mal hier den Handelsbildschirm. Das ist so variabel. Schaden 3 bis 20. Geht's noch variabler? Ja. Ja. Und zwar... Warte, ich sag's dir. Schaden 1 bis 146. Das ist variabel. Ach, deins hier? Ich habe das Läpfer. Dann der überschreit. Schade aus, irgendwie. Hey, ich mach nur 2 bis 5 Schaden, also von daher. Ja, du zauberst ja auch. Richtig. Ich weiß gar nicht, auf was ich skimmen soll im Moment. Ich skimm auf Leben. Braucht einer eine Assassinenkralle? Äh, nein. Ich bin dafür, dass wir wieder zurückgehen. Na, so gut ist ja ich nicht. 8 bis 15. Eins gesockelt. Ah, da war das. Das will ich mit Sockeln. Wo war das jetzt? Feuerschaden oder sowas werden? Toll. Feuerschaden kann ich auch so machen. Mit Aoi Power. Meine Edelsteine sammeln sich langsam. Ah, ich weiß, wo wir sind. Ich seh zum Beispiel Cherry auf meiner Map. Ich seh grad gar nix. Ja. Ah, bin geflogen. Dann können wir in den Schinderdschildern-Dschungel. Schinderdschungel. Ich bin grad rausgeflogen. Ich komm sofort wieder. Ja, hat man gemerkt. Sorry. Äh. Das hieß for the heart. Ich könnte mir eigentlich mal einen Gehilfen holen. Naja, egal. Ich kann Dschungel nicht schreiben. Bin ich dumm? Ja, wo geht's lang? Äh, einfach in das TP von Reiki rein. Na gut. Hier geht's dann weiter. Folge dir auf dem Fusor. Mit dem Fusor. Ja, ich hab eher Angst, dass ich gleich sterbe. Dann bleib hier noch ein bisschen zurück. Ich lebe mich länger. Das sieht aus, als hätte ich einen Fächer in der Hand. Ja, cool, Alter. Du fächerst mir einen. Ja, und a Waypoint. Wir hechten hier auch schon wieder durch, ne? Ja. Also, keine Ahnung. Wir haben eine Erkundungskraft, muss man einfach sagen. Also, zum Sumpfloch. Ja, aber das ist das Falsche. Wir müssen, das Schildern im Dschungel. Es gibt hier für Optional, die Schildern im Dschungel heißt das. Hm. Juck der Rücken. Schäme dich. Ja, Gottchen. Aua, als zu gehen. Sollte es werden. Ich treffe die Viecher nicht. Das ist ein Sackgasser. Toll. Schön, dass man es auch mal gesagt bekommt. So. Aber Reiki? Ne, das heißt einfach nur Blitz, eigentlich auf Englisch. Auf Japanisch war nicht so. Weil sie macht ja Blitzschaden. Sie ist ja eine Blitz, so. Also, du denkst da. Ne, Raikiri heißt Blitzklinger. Blitzklinger? Ja, was denkst du, was... Kakashi. Ja, ja, klar, klar. Kakashi, ja. Chidori, tausend Vögel. Ja. Mal zehn oder wie viel. Was heißt, was heißt, maximal Kraft. Ist Raikiri. Genannt Blitzklinger. Das gebe ich gern seinen Namen wahrscheinlich. Was auch nicht, warum. For the Horde. Mensch. Kannst du vielleicht eigentlich durch? Ne. Boah. An, Alter. Ich hab doch mal auf den Baumstamm voll zu stopfen. Ich will hier auch durch. Stehen dir gerne im Weg. Ah. Ich mach keinen Schaden. Frag mich mal. Ah, jetzt. Zaubers wenigstens. Ich tippe einfach zu schnauze. In der Geduld liegt die gerade. Ja, da. Ach, sorry. Ich will larmen.